All you got to do is send a signal to my crew from the lighthouse. Once my cargo is found, save harbour, I'll give you this lovely trinket I found. Okay, this peak will get you into the lighthouse. Take it. Na, da haben wir endlich einen Dietrich. Sehr schön. Gut. Gut. Tja, ich werde jedes Mal angerufen. Das ist echt manchmal zum Kotzen. Aber, tja, ich habe leider noch ein Real Life. Also von daher kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Also bis nachher. Tja, so, willkommen zurück zu dem neuen Part hier. Ich hatte eine kleine Unterbrechung, sag ich mal so. Ich werde im Moment ziemlich oft angerufen. Ja. Ein wenig nervig, aber was soll ich machen? Wir haben den Dietrich hierfür bekommen. Jetzt kommen wir hier in den Leuchtturm rein. Also ich sage jetzt schon mal sorry, falls ich gleich nochmal angerufen werden soll. Also wisst ihr Bescheid? Es ist einfach nur kacke. Echt. Aber was soll ich machen, ne? Ich denke, das kommt so rum. Kann das sein? Sieht nicht gerade so aus. Ne. So rum, denke ich mal. Oder? Oh mein Gott. Ah, das ist richtig. Okay. Okay, dann denke ich mal, ist das so. Das Helle schön oben. Wir basteln hier gerade einen Leuchtturm zusammen. Okay. Okay. So. Na, das sieht doch schon mal sehr schick aus. Zack, zack. So, ich habe gerade mit dem Pascal ein bisschen geschrieben. Also wir sind ungefähr gleich weit. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja. Ich versuche natürlich, schneller zu sein wie er. Aber wir wollen halt gucken, dass wir so gut wie nicht überspringen. Klar kann es mal vorkommen, dass wir was überspringen müssen, weil es einfach nicht auffindbar ist. Oder was weiß ich. Ne. Aber gut. Wir versuchen es auf jeden Fall zu vermeiden. Gut. Wir sind also hier unten. Oh, da ist die Sichel. Oh, und eine Münze. Oh, und was haben wir da? Ach du Scheiße. Unser Inventar ist auf jeden Fall sehr, sehr voll. Dann gehen wir mal nach oben. Was ist das? Ah, hier kommt ne... Kein Petroleum rein. Okay. Der Tank ist leer. Ja, Petroleum. Genau. Drauf. Und... Ich brauche eine Zeichnung. Ja, die vom Leuchtturm. Glaube ich, ne? Okay. Runter. Ach du Scheiße. Runter rauf. Runter rauf. Runter. Runter rauf. Runter rauf. Ich denke mal, dass es einfach so ist. Und? Hat es geklappt? Nein? Scheiße. Oder alle runter? Was müssen wir denn machen hier? Ah... Oh, warte mal. Ich sehe was. So. So, so. Ah, okay. Ich bin nach dem Strich gegangen. So, einmal rauf, einmal runter. Aber... Es hat geklappt. Und jetzt? Ich benötige etwas, um den Leuchtturm anzuzünden. Haben wir rein gar nichts? Spiegelscherbe. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Schade. Gut. Wir haben aber sieben Münzen. Die würde ich ganz gerne mal eben bei dem Typ hier abgeben. Sehr schön. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Sowas sollte auch mal drin sein. So. Jetzt fehlt noch der Heiltrank. Und? Und? Was würde der Chinese haben? Oder der Asiate? Sagen wir mal lieber Asiate. Das ist das rote Stückchen. Ich weiß gerade gar nicht, was er wollte. Ich glaube, ich sollte ihm nur den... Den, ähm... Den Leuchtturm anzünden. Beziehungsweise anmachen. Sehr schön. Wir haben die nächsten Zutaten. Gehen wir zurück erstmal ins Alchemielabor. Und dann schauen wir doch mal. Also, die kommen eigentlich alle in den Mörser. Gute Idee, aber ich werde ich... Was? Ich werde es später brauchen. Wieso später? Ist nichts mit später. Was soll sie jetzt machen? Aha. Okay, jetzt zuerst das. Jetzt vielleicht Mohn. Okay. Jetzt das und das Wasser drüber. Gut, dann stampfen wir zuerst. Ich dachte, wir will vielleicht mit Wasser stampfen. Und das drüber. Sehr schön. Ist das jetzt der Heiltrank, ne? Ich glaube, ja. Moment. Wir können auch, glaube ich, gleichzeitig das hier hinlegen. Nein? Okay. Dann geben wir der Frau jetzt den Heiltrank. Oh ne, wir können hier noch irgendwas machen. Verdammt. Ne, das ist Schießpulverrezept. Ich verstehe das nicht. Wir haben nichts zum Saubermachen. Vielleicht. Ne. Will alles nicht. Okay. Oh. Was ist das? Was ist das? Ein Fläschchen. Fläschchen für was? Jetzt gehe ich da schon wieder rein. Ich wollte eigentlich zurück. So, hier waren wir auch noch nicht. Ich brauche den Basistrank, eine Flasche und eine Zeichnung für den Aufbau der Alchemiegeräte. Wir haben das Fläschchen, wir haben den Basistrank. Wir haben die Zeichnung. Und wir können weitermachen. Oh Gott. Also es sieht ein bisschen schwierig aus. Hier ist das Fläschchen. Da haben wir das, da haben wir das. Ah, das gehört woanders hin. Ich wollte das ja gerne da reinschütten, aber fehlt uns noch was. Ja, hier, das hier. Ne, das kommt woanders hin. Das kommt da hin. Ähm, der hier. Und uns fehlt noch dieses Verbindungsding. Ich glaube hier, oder? Nein. Hier gehört ein Teil hin. Das war wohl zu lang. Na, dumm, dumm, dumm. Ach. Tja, das Telefon ist für heute jetzt endlich still. Und wir können auch weitermachen. Sehr schön. Also. Ach ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So, ich denke eigentlich, das dürfte hier hinpassen, oder nicht? Hier muss ich den Basistrank eingießen. Okay. Aber da fehlt doch ein Verbindungsstück, oder nicht? Weil laut Anzeige hier. So, das muss jetzt. Ach so, vielleicht jetzt. Aha, okay. Okay. So, das wird jetzt gekocht, oder so. Oder müssen wir das auch noch irgendwie mit dem Schürhaken schön das Feuer einheizen, oder so. Das haben wir. So, das wird jetzt gekocht und sollte eigentlich... Was sind das für komische Zeichen? Also, ich kann das echt nicht zuordnen. Hier gehört ein Teil rein. Oder hin. Tja, wir haben aber nichts mehr. Ach doch, da haben wir noch was. Jetzt aber. Jetzt können wir das doch irgendwie... Also, ungefähr hier hin. Na komm. Also, ungefähr hier hin. Aha. Meine Güte. Ja, ein bisschen kompliziert gewesen, aber wir haben es geschafft. Wir haben den Heiltrank. Na, Gott sei Dank. Ah, ich glaube, wir müssen einen zurück. Ja. Hier hat sie den Heiltrank. Dankeschön. Nehme ich mit Freuden an. So, das ist das Violette. Ah, boah, jetzt haben wir so viel Kram hier. Meine Fresse. Wir können das hier schon mal einsetzen. Dann haben wir ein bisschen was aus dem Inba raus. Und wir können jetzt zum Leuchtturm. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Schießpulverrezept. War das hier oben? Nee. Schießpulver. Vielleicht St. Peter? Nee, auch nicht. Die Flügel. Ich benötige etwas, um die Leuchtturmleuchte anzuzünden. Vielleicht Feuerstein? Prima Idee, aber der Mechanismus ist noch nicht bereit. Okay, hier gehen wir noch unten. Also hier muss irgendwas gemacht werden. Das ist ganz klar. Aber... Der will auf jeden Fall hier hoch. Okay. Drachenflügel. Wir probieren einfach mal alles aus. Also ich würde echt sagen... Also die Spiegelscherbe ist ganz klar. Die war für was anderes. Feuerstein und... Wieso ist der Mechanismus noch nicht bereit? Geht die Klappe zu? Geht die Klappe zu? Nein, geht sie nicht. Ich... Ach, da liegt noch was. Ach du Scheiße. Aha. So, jetzt aber. Meine Güte. Cool. Oh, ich mag dieses chinesische Instrument da. Dieses Klimper. Das ist so genial. So, wir haben dem jetzt auch geholfen. Das heißt, wir dürfen eigentlich den... Das letzte Stück da kriegen. Okay, danke schön. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal... Einsetzen und schauen, was passiert. Nichts. Okay. Wir hatten doch da hinten noch in der Straße... Genau, da oben hatten wir nämlich noch was. Dann suchen wir mal kurz hier die Sachen zusammen... Und dann können wir das Medaillum direkt einsetzen gehen. Ah, wozu ist das? Schale ist leer. Womit können wir es denn füllen? Holzkohle. Okay. Ein Schildkrötenpanzer. Den haben wir hier. Ein Seepferdchen. Das war eine Muschel. Da haben wir noch ein paar Muscheln. Okay, das ist keine Muschel. Zwei Muscheln fehlen noch. Ich würde ja sagen, dass das hier nur Muscheln ist, oder das? Aber die wollen nicht gezählt werden. Dann haben wir hier noch eine. Und hier noch eine. Okay. Dann würde ich sagen, Flaschenkost. Die haben wir hier. Ein Seepferdchen. Das suchen wir immer noch. Da ist es. Korbflasche. Was ist eine Korbflasche? Das hier? Aha, okay. Eine Sonnenuhr. Eine Halskette. Ein Gargoyle. Ein Ruder. Und eine Reuse. Ist das nicht so? Vielleicht die hier. Okay. Eine Hummerreuse. Wir haben alles zusammen. Dann können wir direkt mal rüber gehen. Und das schöne Amulett einsetzen. Was wir da hart erarbeitet haben. So, hier war das irgendwo, ne? Ja, genau. Ah, jetzt kriegen wir die Leiter, die glaube ich da drin war, oder? Oh Gott. Na, werden wir geschubst? Ja, genial. Die machen das so spannend, ne? Und dann passiert nix. Finde den Geheimgang. Ach, das ist ein Geheimgang. Okay. So, hier fehlt natürlich... Oder ne, wir nehmen es einfach mit. Ja, es ist ein Schild. Ich kann nicht über eine Kluft hinüberspringen. Ich muss irgendwie anders hinüber gelangen. Tja. Lass uns die kleinen Flügelchen an uns dran basteln. Und wir huschen einfach rüber. Tja, wir haben kein Seil. Drachenflügel, ah, ah. Drachenhorn, ah, ah. Will nicht. Das heißt, es fehlt uns noch ne Leiter. So, wir haben hier noch irgendwas zu machen. Genau, hier waren wir eigentlich nicht bis hinten durchgegangen. Schmiede, waren wir da schon drin? Ja, hier waren wir schon... Ne, oder? Ne, hier waren wir noch nicht drin. Den Hammer können wir nicht mitnehmen. Ah, wir müssen das Schild wahrscheinlich hier zusammen machen. Also wieder reparieren. Eine Kette. Da ist das Schild. Es steckt fest. Man muss ihn irgendwie heraus lösen können. Ne, ne, mit dem Stock hier würde ich ganz gerne versuchen. Oh mein Gott. Ah, ich sehe jetzt erst die Dinger da im Hintergrund. Oh, okay. Ein Schloss. Ach du Scheiße. Ein Morgenstern, der gehört hier hin. Das gehört nicht dahin, sondern... Das hatten wir doch irgendwo anders. Ich wollte eigentlich das Ding nehmen. So, der Hammer gehört hier hin. Nein, geh es ja nicht zurück. Die Axt gehört dahin. Was können wir noch nehmen? Das hier. Ein schickes Schwert. Nein, ich will nicht fertig sein. Das Schwert gehört dahin. Was haben wir noch? Ein Schlüssel. Hier fehlen nur noch ein paar Teile, oder? Aha, sehr schön. Ja, dann können wir das, glaube ich, auch hier direkt in der Schmiede zusammenhauen, oder? Hier. Oh Gott, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich würde sagen, wir pusten mal. Damit es schön heiß wird. Ja, okay. Jetzt hauen wir die Dinger zusammen und kloppen drauf drum, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Da lohnt es sich, viele Ritterfilme geguckt zu haben. Ab ins Wasser. Und fertig. So, wir haben das Schild. Das heißt... Wir könnten rein theoretisch jetzt das Schild wieder einsetzen gehen. Vielleicht öffnet sich ja so eine geheime Brücke. Haha. Sehr schön. Oh, cool. Ein Zahn. Ah, wir müssen die Dinger hier wahrscheinlich an die richtigen Plätze packen. So, wir haben hier eine Muschel. Oh, wow. Wieder eine Möwe. Schöne Tiere. Das ist zu weit zum Springen. Ja, ach. Nein. Okay, was können wir denn hier einsetzen? In diesem Mechanismus fehlt ein Teil. Ein Teil nur? Haben wir dieses Teil? Das wäre schön. Aber ich bezweifle, dass wir das Teil schon haben. Ich denke, wir müssen zurück. Ja. Wir müssen zurück und... ...auf jeden Fall da... ...jetzt das Schießpulver benutzen. Wo war denn die Kanone hier? Die war hier hin. Oh, Laderaum. Hier müssen wir hin. Okay. Weinpipette. Ach du Scheiße, was ist das? Eine Weinpipette. Eine rote Krone. Hier ist schon mal die rote Farbe. Oh, warte. Wir haben hier einen Pinsel. Oh, was war das denn? Feldflasche. Gut, okay. Hier haben wir rote Farbe und da ist die Krone. Da haben wir eine rote Krone. Eine Ladestange. Ah ja, die brauchen wir auch. Genau. Ein Schlüssel. Ein Gemälde. Eine Schere. Haben wir hier oben gehabt. Ein Orden. Oh je. Wir lassen mal laufen. Oh ne, wir brauchen noch eine Flasche da drunter. Ja. Ein Behälter für den Rum. Irgendein Becher oder sowas. Nix da. Ah ja, da ist der Orden. Ein Beil. Hm. Ah, hier oben haben wir die Flasche. Dann lass mal laufen. So, die Motte, die haben wir hier. Die Axt. Ein Stiefel. Und ich weiß nicht, was eine Weinpipette ist. Ich weiß es nicht. Aha, okay. Gefunden. Ah ja. So, wir haben jetzt auch diese Ladestange da. Das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt alles vorbereiten, um die Mauer da wegzusprengen. Oh, wir können hier noch was machen. Echt? Achso. Ah, okay. Gut, was müssen wir zuerst machen? Schießpulver rein. Oh Gott. Ich probiere es einfach mal aus, denn... Denn ich weiß echt nicht, was diese ganzen... Das kann man ja nicht lesen. Das sind nur nicht mal Buchstaben, was man zuerst machen soll. So, da gehört noch irgendwas rein. Das ist es nicht. Drachenzahn? Auch nicht. Stopfen vielleicht? Auch nicht. Laut... Warte mal. Die Kohle haben wir doch gehabt, oder? Laut der Anhalte muss ich zuerst Holzkohle und dann Schwefel und dann Salpeter hinzufügen. Holzkohle ist drin. Schwefel. Fehlt uns noch der Schwefel? Weil Salpeter haben wir ja schon. Uns fehlt noch der Schwefel. Okay. Wo kriegen wir den her? Ah, jetzt müssen wir schon wieder zurück. Ach, Mann, ey. Okay, okay. So, wo bekommen wir den Schwefel her? Zeig's mich. Hier nicht? Okay. Tja. Dann müssten wir doch eigentlich alles haben. Nein, nein. Oh, hier, oh, hier. Okay. warum irgendwie der zeigt er zeigt mir irgendwie den anderen weg was los wenn er jetzt nach links zeigt okay ich bin jetzt leicht verwirrt ich gehe dann mal einfach noch mal in die stadt warte mal wir haben hier können wir nichts machen tja der schmiede wir waren noch nicht hier oben so dass der zahndrachen das fehlt ihm noch so vielleicht das auge was soll das sein stein jetzt fehlt uns noch immer das schwefel nein lasst doch mal anhören was sie da zu sagen haben kann nicht okay kette irgendwas ist hier aber noch zu machen das ist oben drüber warte mal das ist dieses für oben ja ja ich weiß gescheit hier das ist doch dieses ding ja genau okay gut das muss nach unten nee ach du meine güte okay dann drehen wir das einmal so so dann wäre das schon mal richtig okay die sind jetzt schon mal richtig aber wir müssen die da irgendwie rauskriegen so es ist noch das das muss da hin so der ist richtig so und jetzt müssen wir hier mal gucken dass wir den so das haben wir drumherum alles richtig aber Aber, wir brauchen den da drüben. Okay, sehr schön. Es leuchtet alles. Okay, ein Weg, aber wohin? Wohin führt uns dieser Weg? Gefängniszelle, okay. Ja, das sind wir eigentlich gewohnt. Also, wir machen immer das, was für uns richtig ist und nicht für die anderen. So, wir kriegen bestimmt hier irgendwo unseren Schwefel her. Einen Haken. Den Dietrich haben wir auch nicht mehr, ne? Da haben wir eine Kette. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ah ja, Gewichte und den Hebel. Ja, ich habe viele eine Kette, aber du bist nur die Kette. Also, du bist von der Zukunft. Und du brauchst den Sektor, um deinen Vater zu retten, und die Gryphins zu retten. Also, du retten meine Kette. Okay, cool. Planeten-Skizze. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das können wir genau brauchen. Aber, ja, da sind wir auch schon wieder hier durch. Ah, okay, okay. Wassermüle. Ah ja, hier war ja die Planeten-Skizze, genau. Okay, wieder ein Rätsel. Ähm... Zuerst kommt der Kreis hier mit dem... Haben wir überhaupt sowas? Nö. Okay, das erste wäre hier das und das. Dann das Kreuz. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wir probieren es einfach mal. Kreuz nach oben. Vier. Äh, Moment mal. Achso. So. Okay, das ist schon mal falsch. Okay, also das ist die Sonne. Das ist ganz klar. Das hinten ist Pluto. Im letzten Kreis ist Pluto. Okay. Dann... Am vorletzten mit dem Weg nach oben. Das ist das hier. Strich nach oben. Die 24. Nein, nein, nein. Hier. So. Ach, jetzt kommen wir hier aber ganz durcheinander. So, ne? Pluto... Mal los. Mal los. So. Strich nach oben. Die 24. Okay, probieren wir mal. Ach ne, das ist H. Warte, bloß das H jetzt nochmal da. So. 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 Sehr klein, sehr klein. Oh, halleluja. Oh, wow. Oh, wow. Was ist das denn? Eine Nachricht. Wenn ich ins Alchemilabor gehe, sollte ich etwas finden können, womit... Ah, ja. Okay. Das ist... Dafür brauchen wir wahrscheinlich jetzt diese Flaschen. Moment. Alchemilabor, bitte. Irgendwie hängt das im Moment. Das ist ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. So, und zwar genau hier.